Herzlich Willkommen bei Frankenspalter. Heute erzählen wir euch etwas über unseren Briefkasten. Wer kennt es nicht? Man freut sich immer, wenn es zum Briefkasten geht. In dem Fall zu unserem, vom Frankenspalter, sehr beliebten Artikel. Hier ist immer die schöne und nicht schöne Sache, findet man in der Briefkastung. Zu den Funktionen. Man kann sich das denken. Briefingwurf. Und das Milchfach hat man früher gesehen. Ich weiss nicht, wie man ihn heute noch sieht. Das Ostfach Milchfach. Einmal mit Schlüssel dabei. So zum Öffnen. Alles wie es sein soll. Zusätzlich haben die Briefkästen unten Löcher vorgebracht. Bloß auf drei Seiten. Es sind vier Schrauben mit vier Dübeln dabei. Wo man das Ganze dann entweder auf Band montieren kann. oder auf einem Sockel oder auf einem Podest oder so, wie man es dann gerne hätte. Unsere Briefkästen haben ein Namenschild, wo man relativ einfach das Plexigläschen wegnehmen kann. Und im Anschluss den Wunschtext. Sei es eine Firma, sei es eine Privatperson oder eine Familie. Zusätzlich hat der David vorher schon erwähnt, hat es ein Schlüssel mit zwei Schlüsseln. Und da ist es so, viele Kundschaften wünschen vielleicht den gleichen Schlüssel, wie man für das Haus hat. Ist natürlich möglich. Man kann mit Hilfe von einem Gabelschlüssel das Schloss im Anschluss relativ einfach rausnehmen. Allerfalls muss man vielleicht noch ein bisschen aufbauen zum zusätzlich das Schloss im Anschluss. Aber ist problemlos möglich. Danke für die Ausführung Jonas. Und somit bedanken wir uns fürs Zulagen. Und bis zum nächsten Mal.